Herzlich Willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing Video hier auf unserem YouTube Kanal. Ich habe mir ja vor kurzem jetzt doch noch die Airpods Max geholt, hier in Space Gray. Ja, preislich waren die für mich in dem Moment ganz okay und ich habe da jetzt auch lange mit mir gerungen. Ihr wisst ja selber, das sind eigentlich recht teure Kopfhörer. Ich bin aber bisher sehr zufrieden. Was ich noch nicht hatte, war ein cooler Stand dafür, um die Kopfhörer auch hier in meinem Büro, Arbeitszimmer, wie auch immer, Podcast-Zimmer zu platzieren und die hier irgendwie gut aufzustellen. Die liegen jetzt hier immer in ihrer Tasche so nebenbei rum und da bin ich auf die Firma laut gestoßen, so wie man spricht. Kannte ich persönlich vorher nicht, aber ich habe da dann einfach mal hingeschrieben und habe ganz liebe Antworten bekommen und habe unter anderem das auch hier zugeschickt bekommen. Wir haben noch ein bisschen mehr zum Testen bekommen. Da solltet ihr definitiv in den nächsten Wochen in den Podcast einschalten. Jeden Freitag die neue Folge, immer so Donnerstag auf Freitag in dem Dreh erscheint die und da werden wir in Zukunft definitiv noch einige Sachen von der Firma laut besprechen und wir haben sicherlich auch noch zwei, drei andere kleine Videos geplant. Das wird dann eher der Tim noch machen. Vielleicht habe ich auch noch was in petto mal schauen. Hier muss man noch ein bisschen was überlegen. Ja, das ist der Stand von laut und ich würde sagen, wir fackeln jetzt einfach gar nicht lange und packen den einfach mal zusammen aus. Ich komme hier mal ganz kurz ein bisschen geschunden. Als ich hier dann komme ich auch ein bisschen überrascht, ich finde es sehr cool, dass das so, ihr seht es ja recht dünn aufverpackt ist einfach. Das ist ziemlich cool, also sehr platzsparend und wir sehen hier hinten schon so ein paar Besonderheiten, die wir uns aber definitiv gleich nochmal in Ruhe angucken. Der Standard kostet auf der Seite, ihr findet den Link in der Videobeschreibung, kostet der 45 Euro. Das ist hier alles Aluminium, das ist ziemlich geil, also finde ich richtig gut. Und die Matte hier und die Platte unten, das ist die Oberseite, das ist die Unterseite. Hier haben wir den Lautschriftzug noch drauf, hat so Silikonpads, das ist einfach nicht verrutscht, das ist bombenfestes Denken. Hier haben wir Schrauben, also zusammenbauen, um das zu basteln. Und das hier ist, wenn ich das richtig sehe, richtig mir denke, ist das diese Halterung, wo dann die AirPods drauf gemacht werden und das ist der. So, ich baue das Ding kurz zusammen und dann sprechen wir nochmal drüber. So, das ist das Ding jetzt auch. Es ist natürlich sehr schwer zu zeigen, weil ich hier, ja ihr seht, das ist jetzt hier bei der Position, in der ich hier so von oben filme, nicht ganz so easy leider. Ich werde euch aber einfach mal noch gleich ein paar B-Roll-Sachen einblenden. Ich kann euch aber sagen, man kann die hier auf jeden Fall richtig gut einhängen. Und wie gesagt, wir blenden euch einfach jetzt mal gerade noch ein paar Aufnahmen ein, wie sie halt so dastehen und ich finde, es sieht richtig cool aus, weil es halt einfach so ein bisschen, ihr seht sie jetzt hier auch ein bisschen baumeln, aber ihr seht halt leider nicht ganz so viel. Es sieht wirklich gut aus, es ist ein schön schlankes Design. Ich mag das sehr, es ist auch schwarz, es gibt auch in Silber, ja muss man auch sagen. Und es gefällt mir wirklich richtig gut, also ich bin damit sehr zufrieden. Ich zeige euch auch noch ein Bild, beziehungsweise ich kann das erstmal ausprobieren. Vielleicht kann ich mir das Bild daraus sparen, ob man es auch mit dem Case anhängen kann. Und da kann ich euch auch sagen, das funktioniert richtig gut. Und auch das sieht okay aus, also liegt aber nicht am Stand, sondern an dem Case, was die Airpods Max ja haben, was immer so ein bisschen umstritten ist noch einfach. Ja, das ist der Laut-Free-Stand von der Firma Laut für die Airpods Max. Die haben ganz viel Zeug, ganz viel Accessoires für alles mögliche, Hüllen, Watcharmbänder, Airpods, Airtec Accessoires, ganz ganz viel. Also da wird auch jeder fündig und jeder kriegt da irgendwie was auf, was ihm oder ihr ganz gut gefällt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dementsprechend lasst auf jeden Fall mal ein Like für das Video da natürlich und sucht gerne einmal die Seite von Laut auf. Ich packe es euch auch nochmal, wie gesagt, in die Videobeschreibung und schaut einfach mal da, was da so Produkte gibt. Da ist sicherlich für jeden was dabei. Und ansonsten wird es hier dazu noch ein bisschen in nächster Zeit was geben. Plus, wie gesagt, in den Podcast-Episoden in den nächsten Wochen wird es da auch noch einiges geben, was wir an Produkten vorstellen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, dass ihr den Podcast abonnieren solltet. Ja, überall wo es Podcast gibt. Und natürlich auch hier den YouTube-Kanal abonnieren, weil hier laden wir auch Ausschnitte vom Podcast hoch. Nicht alles, was wir da besprechen, aber viele Themen, die wir da besprechen, immer so kurzen Blöcken, sodass man sich das mal auch kurz anhören kann. Also trotzdem gerne den Podcast abonnieren, da freuen wir uns drüber. Dann würde ich sagen, war es das von diesem Video hier. Wir hören oder sehen uns spätestens beim nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.